Ja, Fritz, bis dahin war das ja alles noch nett. Wir geben dir den Geltungsdrang. Wir geben dir auch den Bonus dessen, du warst dabei, aber das nur ganz kurz und dann bist du wieder gegangen, weil das Wasser so schlecht geschmeckt hat. Alles okay, alles okay. Es ist nicht jeder geeignet als guter Verlierer. Aber dass du jetzt, vorgestern, wieder einen rausgehauen hast in einem deiner Streams. Meine lieben Freunde, wir müssen reden. Noch einmal über Fritz, ich bin der größte Meinecke. Ja, richtig, über jenen Initiator von 7 vs. Wild, diesem Konzept, was gar nicht mal so verkehrt ist. Gib sieben Leuten eine Kamera, jag sie in die Wildnis, sammle die Kameras ein und sende das Material, was drauf ist. Ansatzweise richtig gut. Jetzt in der dritten Staffel, nachdem er sie vorher verkauft hat. Also nicht die sieben Leute, sondern die Lizenzrechte an dieser Produktion. Und das ist ja alles schön und gut. Wenn das Ganze auch ausgestrahlt wird und Geld abwirft, auch gut. Das Problem sind die Fanboys. Das ist die Fangemeinde oft jugendlich, Teenager oder aber bedingungslos hörig, auch wenn sie dann schon etwas älter sind. Das ist das Problem, nämlich wenn ihr Halbgott nicht mehr zum Anhimmeln taugt und der Olymp sich so langsam in dunkle Schatten hüllt. Fritz Meinecke hat die Bodenhaftung so ziemlich verloren und auch in den letzten Jahren Werbeverträge. Warum? Nun, er ist ein Charakter positiv wohlwollend, würde man sagen, mit Ecken und Kanten. Noch wohlwollender, würde man sagen, authentisch. Ist man etwas kritischer, kommt man eher zu dem Schluss, dass er wirklich die Bodenhaftung in Gänze verloren hat und so ziemlich macht, was er will und das ziemlich selbstgerecht. Und damit meine ich nicht nur die Auftritte bei Twitch und YouTube, nein, auch in Natura, im realen Leben, wobei da verschwimmen offensichtlich die Grenzen. Ich meine auch nicht nur die illegalen Autorennen, wo er zu 60.000 Euro verknackt wurde. Das war übrigens beachtlich, dass man den Tagessatz mit 1.500 Euro angesetzt hat. Und ja, da war es aber zum Beispiel so, er hat noch nicht einmal das Standing gehabt, um zu sagen, ja mei, war halt ein Rennen und ich muss halt zahlen, weil ich erwischt wurde. Das wären Eier, auf die kommen wir übrigens noch zu sprechen. Nein, er, mi, 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 das war kein Rennen, ich wollte mich nur vor dem Tesla einreiten und der Tesla hat auch Gas gegeben. Also auf einmal war das mit seiner Männlichkeit gar nicht mehr so, da war er mehr so die Mimimuschi, die alles retten wollte, um aus der Nummer halbwegs klimpflich rauszukommen. Das hat mit Standing genauso wenig zu tun, wie der gelbe Knopf jetzt in Kanada. Aber das ist ja noch nicht alles. Wir erinnern uns, er war ja auch Gast da beim Ocean Warrior, damals dem ersten Projekt von Otto, einem anderen Outdoor-Spezialisten. Man beglückt sich ja da gegenseitig. Und da gab es Spielregeln, wer was mitbringen durfte, wie man sich anziehen sollte für dieses Abenteuer im und auf dem Wasser. Und damit alle gleiche Voraussetzungen haben, in einer wettkampfähnlichen Situation, war auch ganz klar geregelt, was geht und was nicht geht. Ja, das interessierte alle, nur eben nicht unseren Fritz, weil Fritz, dem es offensichtlich in den Genen liegt, zu bescheißen. Er, der Cheater vor dem Herrn, er sagte sich, er zieht einen Neopreneinzug drunter an, weil dann macht Kälte nicht so viel aus. Und er steckt sich Bleigewichte in die Taschen, weil dann ist man auch besser beim Tauchen. Wieder hört man die Fanboys, die sagen, oh er ist clever, er hebelt das Regelwerk aus. Das ist wohlwollend. Und weniger wohlwollend wäre es, wenn man sagt, jemandem, dem das Bescheißen so in den Genen liegt, dass er keine Gelegenheit hat, wenn es nur um einen kleinen Wettkampf unter Freunden geht, um sich seinen persönlichen Vorteil zu besorgen. Wie ist so jemand im realen Leben? Was für Charakterzüge sind das? Ja, und diese Reihe lässt sich natürlich fortsetzen. Denn es geht nicht nur um das Cheaten bei Freunden. Es geht auch um seine an den Tag gelegte Frauenfeindlichkeit. Wisst ihr noch, die 5-Euro-Nummer am Straßenrand in Ungarn, als er einen 5-Euro-Betrag ausgerufen hat für eine Gefälligkeitsleistung, für die etwas leichter begleitete Dame am Straßenrand mit der Kamera draufhielt? Jetzt kann man ja trefflich drüber schreiten, dass Adrenalin berauscht durch diese testosterongeschwängerte Atmosphäre mit zwei Kollegen im Schweiß, der oft thematisiert wurde, der Schweiß und auch die anderen Exkremente. Also, dass in dieser Situation er sich hinreißen gelassen hat, er ist ja noch ein junger Kerl und da kann man davon ausgehen, er hat seine Gefühlswallung nicht im Griff, dass er dieser Dame dieses Angebot zugerufen hat, ist das eine. Da kann man wirklich sagen, okay, sei es drum, er ist halt noch ein junger Mann, unreif, im Ausland. Nein, es wurde gefilmt und zwar nicht nur von hinten, nein, er drehte sich auch noch um und filmte die Frau noch von vorne. Und brachte diese Szene auf Sendung. Das heißt, es war nicht nur der berauschende Augenblick der Glückseligkeit auf dem Zweirad, als er vorbeifuhr. Nein, es war die willentliche Entscheidung, diese Szene im Video zu belassen über diese Männerradtour. Und nicht nur im Video zu belassen, ohne die Frau unkenntlich zu machen, er nahm sie auch auf Thumbnail und auch das Video kriegte den Namen mit der 5 Euro Offerte für die körperliche Dienstleistung. Cool, echt cool. Mensch, du bist ein ganz großer Fritz. Jetzt würden einige von euch wieder sagen, ja mein Gott, das sind halt Männerwitze, dürfen wir keine Herrenwitze mehr machen. Doch, dürft ihr, klar. Ob man die dann auf Sendung bringt, ist so eine charakterliche Sache. Da muss man einfach sagen, ja, er ist so, wie er ist. Und als er dann den Shitstorm bekommen hat, zeigte er sich auch relativ uneinsichtig. Das Ganze ging auf Sendung Anfang Juli, am 6. Juli. Dann am 9. Juli in einer Fragerunde mit seinem Chat wurde er gefragt, warum so respektlos. Und er meinte, wer das als respektlos empfindet, ist auf meinem Kanal falsch. Also eine ganz klare Aussage, was für ein Typ er ist, wofür er steht und dass das einfach Programm bei ihm ist. Wer Fritz wählt, muss halt so etwas und solche Entgleisungen mit in Kauf nehmen. Nochmal, bis dahin würde man sagen, jo, ist halt sein Charakter. Er kommt halt nur bis dahin und ist halt nicht darüber zu gebrauchen. Ja, und dann kam aber eins, und das dürfen wir ja nicht vergessen. Dann kam jener Tag vor drei Monaten, als er dieses Statement absetzte, jetzt in der Vorbereitung zur Staffel 3. Er schaute in die Kamera, wie der Oberlehrer, ach, was sage ich Oberlehrerhaft. Er war der Pfarrer der Gemeinde 7 vs. Wild. Und er sagte dann, es ginge gar nicht, was Andreas Kieling da gemacht habe. Und er müsste jetzt ein Statement absetzen. Er, obwohl er mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun hat, ist ja noch das Gesicht, das er mitverkauft hat. Und man musste jetzt klar machen, warum Andreas Kieling nun aus der Sendung gekantet wurde. Und er ließ sich darüber auf, dass das gar nicht geht, dass diese Verfehlungen so schlimm waren. Was für eine verdammte Doppelmoral. Mensch, Mensch, Fritz. Glaubst du wirklich, dass Menschen, die über einen normalen Horizont verfügen und nicht gerade zu deiner Kern-Fanboy-Base gehören, so etwas wirklich akzeptieren und glauben, dass du hier auf einmal auf Moralien geschwängerten Oberpfarrer machst? Nee, du. Nein, diese Nummer war schon extrem schlimm. Nein, das war schon sowas von fadenscheinig und da hätte sich jeder hinstellen können. Aber nicht du. Aber du wolltest es, weil der Drang so groß war. Du, der du die Rechte an der Sendung verloren hast, musstest ja hier zumindest mal was sagen, damit du was zu sagen hast. Oder der Anschein noch im Raum steht, dass du was zu sagen hast. Ja, Fritz, bis dahin war das ja alles noch nett. Wir geben dir den Geltungsdrang. Wir geben dir auch den Bonus dessen, du warst dabei, aber das nur ganz kurz und dann bist du wieder gegangen, weil das Wasser so schlecht geschmeckt hat. Alles okay, alles okay. Es ist nicht jeder geeignet als guter Verlierer. Aber dass du jetzt, vorgestern, wieder einen rausgehauen hast in einem deiner Streams. Und ich spiele es euch mal ein. Wenn du als Dritter in eines der anderen Teams gemusst hättest, welches Team hättest du gewählt? Oh, das ist eine geile Frage. Das ist eine geile Frage. Wie viele Kondome hat denn Affe und Hanna dabei? Das ist Fritz Meinecke, meine lieben Fanboys. Das ist der Typ, dem ihr den Olymp geöffnet habt, den ihr oben auf einen Sockel gestellt habt, weil ihr ihn so toll findet. Und ich weiß, ihr werdet ihn auch zukünftig noch toll finden, weil jetzt rückt die Gemeinde zusammen. Jetzt muss man den Urvater des Survival. Das war übrigens Rüdiger Nehberg. Das wirkt mehr wie sein Adoptivsohn. So angeheiratet wie Prinz von Anhalt. Aber ich schweife ab. Wisst ihr, was nach der Aussage da im Raum steht? Diese Kondomnummer ist alles andere als vorzeigbar. Und zeigt so den wahren Charakter. Und für uns, ganz ehrlich, ist es doch eine wunderschöne Gesprächsgrundlage, ob es Sinn macht, ob es wesentlich, ob es wichtig ist, sich im Urwald in dieser Show noch als Camper sich 14 Tage hungern zu stellen und zu hoffen, dass das, was man filmt, gesendet wird, ist das eine. Wenn es den Leuten Spaß macht, ist es super. Wenn es aber um Scheinheiligkeit geht, wenn es um das Vorspiegeln falscher Tatsachen geht und um diese verkappte Form des Anbahns. Und wenn man sich dann überlegt, dass dann da zwei Frauen im Camp sind, die als Quote gehalten werden und dem Zotenkönig als Steilvorlage dienen. Dann wirft das nicht nur ein fragwürdiges Licht auf den Überfahrter dieses Formates, sondern auch die hier am Rockzipfel hinterher marschieren. Ach übrigens, ich denke, ihr wisst, dass ihr die Gelegenheit habt, eure Meinung dazu unten in den Kommentaren kundzutun. Und ich würde mich freuen, ich würde mich wirklich freuen, von euch zu erfahren, warum ihr so bedingungslos jemandem so viele Bonuspunkte gebt, dass ihr alles das, was er tut, so toll findet und nicht etwas kritischer seid. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit, amüsiert euch noch über die nächsten Folgen von Seven vs. Wild. Und mit ihm müssen wir uns ja Gott sei Dank in dieser Staffel nicht mehr auseinandersetzen, denn er ist Geschichte. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr das Ganze bis hierher gesehen habt und langsam aber sicher sich die Halsschlagadern bei euch wieder so ein wenig zurückentwickeln und der Kopf wieder ein bisschen klarer ist und ihr euch die Finger in der Kommentarzeile rund getippt habt und den Daumen-runter-Button gedrückt habt, gut gemacht. Denn ihr habt damit euren Beitrag geleistet. Nicht nur für Fritz, der wird euch da nicht dankbar sein oder auch nicht, denn er sagte ja selbst, die Likes und Dislikes auf dem Seven vs. Wild-Kanal sind ihm egal. Dann soll es ihm doppelt egal sein bei unserem kleinen Kanal hier, was ihr hier abfackelt. Aber ich möchte euch auf Folgendes hinweisen. Es gibt ein anderes, total interessantes Video, nämlich über Fanboys, den Kult rund um Helden und warum der ein oder andere so bedingungslos an seinen Leuten festhält. Und da seid ihr unsere Labormäuschen gewesen. Das haben wir vor diesen Videos angekündigt und online gestellt, damit uns keiner vorwerfen kann, wir hätten das nur im Nachhinein gemacht. Das Ganze war eine Versuchsanordnung und es tut mir auch nicht leid, dass ihr hier mitgespielt und mitgemacht habt. Denn vielleicht ist es für euch auch die Chance zu reflektieren, dass ihr so von innen raus programmiert wart, hier so zu reagieren, wie ihr reagiert habt. Und dabei nur einem Muster gefolgt seid. Das heißt, vielleicht lernt ihr daraus, beim nächsten Mal nicht ganz so über die Stränge zu schlagen, was Beleidigungen angeht, was es Persönlichwerden angeht, was es Recht haben wollen angeht. Und vielleicht trefft ihr auch eine etwas bessere Wahl, wenn es um die kommenden Helden in eurem Leben geht. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und danke fürs Mitmachen. Uns hat es nicht wirklich gefallen, aber es war wertvoll und ein wertvoller Beitrag zu unserer Feldstudie. Ciao von Now, euer Chris.